So, Minox präsentiert in diesem Jahr die neue Bildkamera DTC1000, die sich dadurch auszeichnet, dass sie mit einem eingebauten GSM-Modul die Bilder direkt auf ihr Handy oder zu ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse versendet. Wir sehen hier das Display, das lädt jetzt hoch, in dem rechten Bereich sind die zwölf Batterien. Und hier können Sie diese GSM-Einstellung einnehmen, sehr übersichtlich, sehr einfach. Sie bekommen Ihre Bilder sofort auf Ihr Handy oder auf Ihr E-Mail-Adresse gesendet. Und wasserdicht, 449 Euro als unverbindliche Preisempfehlung.